kurz weil die lostify.net spiele auseinander neben 2.0 einen flauschen guten tag mit euch und herzlich willkommen zu einer neuen folge von dem minecraft minigames auf dem lostify.net server und der erste minigame für heute ist das devrun und ich würde meinen das mache ich wieder easy wie eigentlich alles so also speed wäre in solchen modien echt geil das wäre schön wenn die das noch einfügen könnten kann zwar gerade sich auf den chat sehen aber was ich da sehe ach du es leckt so zwei verbleiben das heißt ne mir ist noch einer kommt schon fall runter ja ich bin der letzte ha ja kurz weil die lostify.net auseinander lostify.net spiele auseinander neben 2.0 und dann gibt es den 3.0 und 4.0 und jetzt bin ich sowieso rip ja und ciao kakao und müsste echt mal auf die seite kommen da würde man ja ewig überleben na schön so wir sind erst mal mit 30 punkten das ist doch schon mal sehr gut grief spiel einer meiner spezialitäten das machen wir auch ganz gediegen und ich muss gerade mal überlegen wann das video rauskommt wenn ich das euer aufnehmen dann ist das noch vor weihnachten dann muss ich im nächsten video fragen was ihr bekommen habt so und hier alles ob nein 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 zack 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 das ist alles meine dass sie auch also jetzt schnell die hier jetzt bist du schnell 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 ich habe viel zeit hier gehen wir noch hinten bist du bist da kacke genau was ja hat noch gerettet okay ich bin immer noch erster mit neun punkten vorne das nehme ich doch gerne mit das nehme ich einmal das bitte sowas gibt ah ja natürlich na gut das jetzt nicht mein bester modus hey willst du mich verarschen der hat überlebt jo der hat glaube ich irgendwas genommen so wie der rumgezappelt ist komm dreamskin nein ja komm 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 meine erdebäre na wie geht es denn heute so runter mit dir los ähm oh jetzt wird er unhöflich ach nein er ist down ja ich bin der einzige hier noch super dann kann ich jetzt hier ordentlich chillen und unter mir ist noch eine dann müsste da runter dann das ende sei hä oh ne bin ich hängen geblieben so meine jüde nicht der kaut schon wieder der ist richtig anstrengend nein oh ich wusste dass ich gegen hä Moment mal da lebt ja noch einer aber ich bin immer noch vorne okay der typ war anstrengend bisschen der rest war eigentlich ganz in Ordnung so noch zwei Spiele müssten es sein oh nein verstecken ach ne oh nein oh nein oh nein das ist gar nicht gut geh ich denn hin hier schlecht Moment mal hier unten ist irgendwo mein Spezialversteck muss es nur finden hier so jetzt sollte mich keiner finden das ist immer eigentlich das Versteck wo mich bis jetzt meine ich noch keiner gefunden hat letzten stand ich da drüben aber hier wo ich jetzt bin ist das äh viel besser weil wenn man raus geht dann sieht man mich auch nicht oh ich hab ja hier den kleinen Spalt wodurch ich gucken konnte aber ich weiß ja nicht was die für texture packs nutzen ob die standardmäßig nutzen weil da ist glaube ich ich weiß gar nicht Tropenbäume da müsste es glaube ich ein bisschen dichter sein oh ich dachte schon wie er mich angeguckt hat dass er mich gleich findet okay oh nein jetzt kommen sie zu zweit noch vier Sekunden ha ja das schafft ihr nicht das schafft ihr nicht ja 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 da bin ich wieder ganz vorne mit dabei 15 Punkte 15 15 0 hey die haben nur einen gefunden oder was mit dem der fünf Punkte hat äh die Punkteverteilung hier verstehe ich noch nicht so ganz aber okay ah Pferderenn so zack oh nein ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix äh Moment mal ich bin über ein Checkpoint drüber ich möchte ein Dings dafür haben Frechheit hallo Dreamfaker so ich bin vorne drei Punkte kriegt man dafür jetzt habe ich einen bekommen das ist schon mal gut ah man ich renne die ganze Zeit daneben aber ich glaube in der Aufnahme sieht man auch nicht viel mehr dieser Lord Zeros hat die letzte Runde gewonnen und der ist punktetechnisch hier auch ganz vorne mit dabei aber natürlich nicht vor mir der Skandal komm schon hä also manchmal verstehe ich nicht wie das äh funktioniert dass der manchmal das nicht zählt aber ich würde sagen das wäre es mit einer äh wundervollen äh Runde von Minecraft Medigames auf dem LostDefi.net gewesen und ich bin ab sofort ein reicher Spieler inoffiziell bin ich immer noch arm wie das funktioniert fragt mich nicht ich weiß gar nicht wie viel die reichen Spieler haben aber es gibt ja noch so ein Clankonto ich frag mich wofür das ist ich frag mich überhaupt wofür diese Clankonten denn auf Griefer Games gibt es das ja auch diese Clankonten wo man Geld einzahlen kann und sich irgendjemand dann den ganzen Clank bescheißen kann und alles wegnehmen kann so ungefähr nicht damit dass ich damit schon Erfahrung gemacht hätte aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht je nachdem wie es euch gefallen hat lasst gerne eine Bewertung da abonnieren und vor allen Dingen die Glocke ja es gibt es gibt überhaupt kein Video würde ich meinen auf meinem Kanal wo ich mich mal nicht einmal verspreche wenn ihr weitere Versprecher nicht verpassen wollt Glocke aktivieren und dann sehen wir uns am 29. Dezember glaube ich nochmal wieder und dafür das letzte Video glaube ich auf diesem Kanal in diesem Jahr und sonst sehen wir uns bei einem neuen Video haut rein und ciao Leute wieder los los